Wow, 6-fach Adler. Wow, 6-fach Adler. 7-fach Adler. Ja, 6-fach Adler. 7-fach Adler. Ich hoffe, der hätte noch einen Adler dabei. Moin Jungs und herzlich willkommen auf dem offiziellen LGA Kick Highlights Kanal. Dieses Video enthält wichtige originale Kommentare unter den Clips. Diese müssen zum besseren Verständnis der Highlights beachtet werden. Viel Spaß! Komm, geh mal 3 Indianer einfach. Oder 2 mit deinem Schau. Ja. Abfrist. Noch nicht, noch nicht. Da komm, wie schnell geht's? Ja, nehm ich. Braucht doch immer 2 Milliliter, aber 7 Spins, komm. 7, 6, 5. Ja, richtig. Aber traurige Fristen. Aber der muss jetzt 2 geben mit diesen 100 Spins. Und einmal muss auch 600 Minimum. 600 hat der früher immer gegeben. Minimum 500. Aber diese 200 und 100. Mochten stabile 2. Ich bin mindestens. Super Spins hat er auch gar nicht mehr gegeben. Jetzt vielleicht mal. Ich will keine Super Spins mehr. Das ist mit. Ich will keine Super Spins mehr machen. Oh, Todes. Super Spins. Aber nichts hinten. Nichts hinten. Aber hier macht er voll. Aber nichts hinten. Guck mal hier. Aber nichts hinten, Mann. Mann. Nein, Mann. Aber stell mal vor, der Löwe wird er hinten. Kommt ein Doppelteil noch? Nein, kommt nicht. Bei Super Spins kommt der nicht nochmal. Mann, der ist ein Bruder, Mann. Der ist ein Bruder, Mann. Der Löwe fährt durch. Werden 6, 7 Milliliter. Das wäre geil gewesen, ja. Aber wenigstens rettet. Aber jetzt kommen wieder nur Schrottzeichen. Gut gemacht noch. Ja, aber Schrottzeichen, Mann. Gebt doch mal hier. Das wird auch immer wild. Mal eins. Guck mal hier. Das ist aber gut. Dann kommt kein Tier. Das ist gut. 340 Versuch. Voll 2 Zeichen. Pferde. Nach vorne wäre geil gewesen. Pferde noch. Nach vorne. Komm, 3 Milliliter Minimum. Ach, 3 Milliliter muss. Jetzt X2. Pferde, Pferde. Komm, noch einer. Letzte Runde. Hör mal 3 Milliliter voll. Hier, mach Paul hinten. Mach, ja. Diese Dinger. Weck ich. 2 Zeichen. Nehmen wir ihn mit. Vielleicht geht er nochmal rein mit Super- In dieses Spins. Der muss nochmal rein. 50 Drücker. Ja, der muss. Der muss nochmal rein. Eigentlich jetzt muss er reingehen in diesen 40er-Bereich. Aber gut. Die sind noch drin drin, ey. Wenn du diesen Drück hast. Dankeschön und tschüss. 250, ja. 250? 250? 500 Steiner. 100, 500 Tauben, 250. Also die einzigen. Die einzigen Wolken. Komm. Adler. Ja. Ich hab mal gesagt, der muss aber noch was scatter. Ne, hat er ja. Jetzt, Super-Skins, komm. Mann, jetzt werden die Super-Skins. Aber mit der Frau. Siegelen Drücker. Komm, Adler, doch noch eine. Ja, noch. Ja. 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 Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Aber x4 dann. Wenn wir x5 sind. Ja. Wenn zwei sind, ist immer einer x1. Sei vor, wenn ich feier x1. Aber ist okay. Ja, ist okay. Der gibt aber diesmal noch mal zwei. Eigentlich muss der noch mal zwei. Ich bin wieder. Der hat nicht noch mal zwei. Der hat einmal zwei gegeben. Hör auf mich an zu zittern, Bruder. Ich bin so lang. Was ist los mit dir? Leut in der Welt. Warum? Keine Ahnung. Ich fühl mich an, der ist der fett halt. Auch den schon. Nee, der hat mich... Komm, Wolf-Büttel. Der tutt mich. Der muss eigentlich noch mal zwei geben. Komm, x1. x3 ist stark. So was ist geil. Bei zwei gibt er immer... Guck mal so, vielleicht gibt er noch einen. Egal. Bei so Kleinen gibt der vielleicht. Bei so Angel oder so, wenn es kein gutes Bild ist. 1,7 ist okay, Bruder. Wir sind bei 6 Münder. Mit 3.000 so viel. Aber wir sind prozentual versus. Guck mal, wo wir sind. 27 Prozent. Das muss geklingelt werden. 27 Prozent. Da muss ein Plinko gestartet werden bis 4,5. Warte, ich muss dir noch mal 50 geben. Dann hat der zweimal mit 120 gehen. Hm? Das Gute ist, wenn er meistens... Wenn er einen Hund gibt, dann gibt er auch drei. Und die gibt er so verschiedene. Muss ja am Anfang gehen. Okay, und dann? Und Eier sind nicht viele. 3 Skatter. Jetzt kommt vielleicht noch ein Hund. Jetzt kommt vielleicht meistens noch der 3. Ja, ja, das ist gut. Das ist gut, glaubst du, oder? Was ist das? Der wäre... Oh, Baby. Jetzt haben wir noch mal eine Chance. Aber der Hühnermann. Aber der Hühnermann, wie der sich freustell. Aber der Hühnermann, wie der sich freustell. Der gibt voll auf 3. Der schnitt sich direkt mit dem Glück bei uns. Aber meistens, auch oft, nicht immer. Dann will man direkt zur Kentucky laufen. Aber auch gibt der 3. Und du brauchst halt immer einen, dieser braune Hahn. Die weißen sind immer nur malen Wald. Okay, und der Fuchs ist auch... Hier, Entschuldigung. Eine, jetzt müssen noch 2 kommen eigentlich. Aber die sind sehr krüppelt. Guck mal, wo der hier hinten ist. Klar, guck mal. Gut. Aber nichts dazwischen brauchen. Der ist ein gut freustell. Ja, ja, ja. Könnt ihr alles komplett überall machen? Ganz heftig. Aber die 3, die da gibt es immer hinten so krüppelt. Die waren gerade gut. Ein bisschen werfen brauchen. Aber 2. Walze, ne? Die waren gerade auch kaufsweise gut. 2. Walze ist, glaub ich, auch gut. Ab da. Weil dann zählt der hinten hinten. Einfach nebeneinander. Ja, ja. Ab 2. Walze. Der hat ja 6 Walze. Weißt du, warum 4 Cent gekauft hat? Weil er immer weniger Lust hat. Kein Bock, diesen neuen Laden hier geben. 40 Cent. Aber war ein paar Tausend Euro. 40 Cent. Also ich hab das schon fast. Über 10.000. Ich hab das letzte Runde mal in den Schwein gefickt. Warte. Ja, bei 5 Meter kann ich noch arbeiten. Jetzt rote 6. Ja! Jetzt haben wir die Fleischspiele. Kannst du spielen? Oder nehmen? Ich nehme natürlich. Ich spiele die nie. Und jetzt musst du die Sechsen geben. Aber das... Bei der 3 gibt es heftig. Bruder, wenn du 20 Spiele hast und garantiere, jede Runde kommt diese rote, dann bist du... Weitere. Bruder, ich hab gestern einmal... 7. Jetzt 2 Stück. Das ist gut. Weiße Zahl. Mal 5. Und das mal 4. Jetzt. Was der jetzt hier gibt, ne? Warte. Aber eine hohe. Nur dabei. Ja. Ja, aber... 1.000. So? Nein. Ah! Muss dieses eine kommen und danach noch mal kommen. Aber jetzt kam ein roter Dex. Komm jetzt immer ein, ne? Komm, das war mal jetzt. Aber der zählt das nicht. Jetzt kam nichts mehr. Ja, aber das ist aber kein... Warte. Aber nehmen wir den mit. Der muss diese mal, das muss danach kommen, oder nicht? Also bei mir kam das danach. Ich dachte, weißes mal und... Nee, nee. Das kam und das kommt danach. Aber egal. Zweite kam mit mir. Ist gut. Ist gut. Nee, jetzt machen wir noch eine andere Sache. Das ist ja Wild Swarm hier. Kommen wir hier? Schönes? Wienchen, Wienchen. Ein Stückchen. Wienchen war gut. Das haben wir in letzter Zeit immer gekocht. Die letzten. Nie wieder den mittleren haben wir gekocht, ne? Genommen nicht gekocht. Ja, genommen. Ich werde aber nicht mal vier Stück gegeben. Vier, vier, ne? Ich muss den Rostani machen. Was, Brunner? Wie geht's gut? Nee, der letzte war der Khataz mit der Biene, ne? Die muss aber so ein Liegen machen, ne? Die macht die immer so gut. Ja, ja, ja. Die Walz ist am besten. Die brauchst du hier und da. Die Walz ist am besten. Die zweite und vierte Walz brauchst du die Biene. Das ist gut. Arminemaya. Wenn eine unbekannte Land Hier ist eine sehr bekannt. Oh, ja, Mann. Wie viel? Das wollte ich schon immer mal haben, Mann. Bam. 10. Wer nicht? Ich dachte, das ist ein Zwanni oder so, Mann. Ich dachte, das ist ein Zwanni, Mann. Warum war das so... bin ich? Ja, ich dachte, das ist ein Zwanni, 30er. 1000x. Wie, was ist denn 5000 Max für ihn dann, Alter? Ja, das war 1000x, Alter, grad. Auf 10er kann das 1000x, ne? Ja, und? Ja, da reihe ich mich ja auch. Wie geht der Max? Wie geht der Max? Wie geht der nur mit diesem teuersten? Nein, muss ja alles. Ich auch nicht. Wie hab ich... Bruder, das war krass. Ich dachte grad... Weißt du, wer... Was wagen schmeckst du, Bruder? Ich dachte, mein Kopf grad, du wirst mich verarschen. Du hast so diesen... Ich wollte dich schon immer mal haben, ich schwöre. Ah. Ah. Aber hab ich doch. Komm, wie krass. Was ist das denn, Bruder? Aber egal. Aber ich dachte echt, es waren 30. Ich hoffe, alles. Das war krass. Da, komm mal wieder die hin, Alter. Ich drehe meinen Kopf einmal um, ist dann 10er, Junge, Alter. Ich verstehe Schatten, wir gehen ab, 알고 med, irgendwer. B銘ビchen. Und jetzt analytics und hier ist etwas machen. B resomme nach Wiegendwo. Und jetzt schauen wir uns mal kurzzen. Bei dir.